6 Phasen Meditation für Glück und Erfolg Übe diese Meditation regelmäßig aus, um dein Leben positiv zu verändern und auf Glück und Erfolg auszurichten. 7. Du kannst diese Meditation im Sitzen, Stehen oder Liegen ausüben, ganz wie es für dich gerade am besten passt. 8. Schließe zunächst deine Augen und lass dich von meiner Stimme führen. 9. Stell dir die Dinge und Situationen vor, die ich dir gleich nennen werde, aber versuche nicht, etwas zu erzwingen. 10. Lass deinen Geist locker und entspannt. Lass die Bilder, Gedanken und Gefühle einfach kommen und gehen, einfach fließen. 10. Konzentriere dich zunächst auf deine Wahrnehmung, dein Bewusstsein. 11. Stell es dir als weißes Licht vor, das deinen ganzen Körper erfüllt und sich auch über die Grenzen deines physischen Körpers erstreckt. 11. Dein ganzer Körper ist eingehüllt von weißem, friedlichem und liebevollem Licht. 12. Stell dir vor, dass sich dieses Licht ausbreitet, sich ausdehnt auf deine Freunde und Familie. 12. Deine Nachbarschaft. 12. Auf das Dorf oder die Stadt, in der du lebst. 13. Auf dein Land. 14. Auf dein Land. 15. 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 Auf dein Land. 16. Auf dein Land. 16. Auf dein Land. 16. Auf dein Land. 16. Auf dein Land. 17. Auf dein Land. 17. Auf dein Land. 18. 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 Auf dein Land. Überlege dir fünf bis zehn Dinge, für die du dankbar in deinem Leben bist. Das können ganz kleine Dinge sein, das kann aber auch etwas Großes und Besonderes sein, egal was. Lass diese Dinge ganz lebensnah in deiner Vorstellung entstehen. Verwende alle deine Sinne dafür, schmecken, fühlen, riechen, sehen und hören. Nimm die Dankbarkeit, die du für diese Dinge empfindest, so intensiv wahr, wie es dir jetzt gerade möglich ist. Nimm das Gefühl der Dankbarkeit in deinem ganzen Körper wahr. Dankbarkeit in deinem ganzen Körper. Stell dir nun jemanden vor, zu dem du eine eher schwierige Beziehung hegst. Stell dir vor, dass diese Person jetzt vor dir steht. Entschuldige dich für alles, was du in der Beziehung zu diesem Menschen falsch gemacht hast und bitte um Vergebung. Und vergebe auch du diesem Menschen all das, was er in der Beziehung zu dir falsch gemacht hat. Verstehe, dass Vergebung ein sehr wichtiger Schritt ist. Wann immer wir an Streit, Hass, Schuldvorwürfen, Ärger oder Wut festhalten, schaden wir damit vor allem uns selbst. Wenn wir vergeben, befreien wir uns selbst. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Stell dir einmal vor, wie dein Leben in drei Jahren aussehen soll. Lass dabei ein möglichst lebendiges Bild vor deinem inneren Auge entstehen. Was soll sich in den nächsten drei Jahren in deinem Leben entfalten? Verwende alle deine Sinne, um diese Bilder lebendig werden zu lassen. Rieche, schmecke, höre, sehe und fühle, wie deine Wünsche und Träume Wirklichkeit werden. Rieche, schmecke, höre, sehe und fühle, wie deine Wünsche und Träume Wirklichkeit werden. Stell dir nun dich selbst vor, jetzt und hier, die beste Version deines Selbstlebens, genau heute. Lass ein Gefühl von Freude für diesen Tag in dir entstehen, von Zufriedenheit und von Dankbarkeit. Und sieh dich selbst, wie du am Ende dieses Tages zu Bett gehst, zufrieden und glücklich, in einen tiefen, erholsamen Schlaf sinkend. Rufe die höheren Kräfte an, an die du glaubst. Vielleicht das Universum, vielleicht Gott oder die Engel, vielleicht dein höheres Selbst, deine eigene innere Stärke, ein Krafttier oder irgendetwas anderes. Und bitte um Glück, Energie und Unterstützung. Bitte um Hilfe, um die beste Version deines Selbst leben zu können. Heute, hier und jetzt. Und spüre die kraftvolle und gleichzeitig liebevolle Energie, die durch dich hindurchströmt und dich und dein Leben erfüllt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nimm ein paar tiefe und erfrischende Atemzüge und stell dich langsam wieder auf Bewegung ein. Bewege langsam und achtsam deine Finger und Zehen, deine Hände und Füße. Atme frische Energie ein und lass sie durch deinen ganzen Körper strömen. Bewege deine Arme und Beine. Mach all die Bewegungen, die dir jetzt gut tun und dich wieder vollkommen wach sein lassen. Und wenn du so weit bist, öffne langsam deine Augen und kehre zurück in deinen Tag. Dieser Tag ist wundervoll. Bewege deine Arme und Beine. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020